Wir haben ja nie zusammen in der Mannschaft gespielt, leider. Vielleicht werden wir doch irgendwann, vielleicht werden wir Co-Trainer irgendwann, Torwart-Trainer. Vielleicht, wer weiß. Das wär's ja. Torwart-Trainer und seiner Bruno Labbadia. Welche Mannschaft? Wo gehen wir hin? Vielleicht doch wieder Bayern. München ist so schön, vielleicht doch macht Bayern wieder Sinn irgendwann.